abgängig jetzt weiß so weit die durchloch nein für waschen weiter war nein 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 auch gar ok ganz weit unten passiert ganz unten die gleich er so wie du schon entschuldigung war ein paar das woher machen kann immer noch Leute im Hintergrund oder nicht mehr Mann ich habe diesen Scheißsprung einfach nicht mehr so wie ich gerade der Pflafen sagt weißt du man schafft Ansprung die ganze Zeit und da packt man den nicht mehr No Oko nein was mach ich denn da nichts gut ist schon schon wieder bei 10 Meter weit weg Nein nach auch kommen das ist doch scheiße das ist kacke hier als Training nein das ist die Entschlager Abschluss Training ist es ja so zu sagen die Abschlusspräger und der Grund warum man trainiert hat 8 passend ist der Wichter Aachen schon die ganze Zeit und Eichlo die Reise ist gut gegangen geht auch super Nr Aachen waren er tränkt mich jetzt in einem Nein naja und gott sich schaff ich den nicht mehr schafft diesen hier nicht mehr hoho heikers geht so nichts an manier auch nicht so viel besonderes auch gar nicht drüben ich dachte jetzt zu sein ja klar ja endlich bohr Stolz ich schaffte sie mehr langen Sprung jetzt kann mir der Bündnis diese schlicht die nämlich mehr den Abkürzungssprung das war was er hätte ich ja dann ein Abkürzungssprung weiße die Anseite anstatt den richtigen zu machen wer das ist nicht dein Ernst er ist passiert es ist aber der lange Sprung nein jetzt springt man mal ab jetzt kommen wir mal auf die Scheiße hier es hat man den Menschen Boah, das ist doch nicht dein Ernst, ey, schakalaka, ey nein, jetzt komme ich noch mal auf die Kacken es geht par se erst mal richtig hinsetzen der Sprung ist kacke, finde ich den du jetzt gerade gemeistert hast also, ich werde gerade angerufen ich bin kurz weg Simon, ganz klar ich glaube, ja, wohin muss ich ach, da hin alter das ist schwer, warte, wo bist du oh, leck mich aber was aber das ist ein mega langes Sprung ja, boah, der schwer, äh, der ist schwer lecker wie, ey da bin ich jetzt, ich hab jetzt dreimal die Chance, den zu machen und ich hab dreimal verkackt wenigstens bin ich nicht so kacke wie bei den letzten Challenges oh, jetzt macht er diesen komischen Renn, nicht Renn, nicht Renn, nicht Rennschwung Scheiße boah zack was war der, äh nein meint du, sie hat sich lautlos gestellt? was weiß ich vielleicht ist er in einem ganz anderen Zimmer und telefoniert da oder ist in einem ganz anderen Gespräch bin wieder da nein, ich hab mich einfach nur auf stumm geschaltet hab ich recht, hab wow und nein, es war nicht Simon ja, das war klar endlich bin ich wieder hier oh Gott, nein nein, zu weit nein, warum schaffe ich diesen Scheiß, ey diesen Scheiß, ey ja, diesen Scheiß Sprung wollte ich jetzt sagen man muss eigentlich so passieren gar nicht mehr cool wieso? das war nämlich der Grund des Anrufes ich muss nicht weg das ist cool okay Training ausgefallen oder was? nein zu welchen Trainings geht passiert denn, Renné? zu keinem ich gehe schießen das ist kein Training doch ich weiß kleine wehrlose Tiere erschießen nein doch, doch Zielscheiben wieder direkt den kleine wehrlose Tiere ja, und später, nachdem du erwachsen bist, was erschießt du dann? Zielscheiben Wildschweine so wie Hubert ist so wer erschießt denn Wildschweine? Zielscheiben Mann, wir reden gerade über was anderes zu tun, Thomas so oh, endlich oh, endlich oh, Thomas jump to sleep so weit da, ey ja, letztendlich war, oh oh Gott ja, es wird schon wieder Nacht nein aaaah ärgerlich total oh Gott hey, das ist voll witzig oh Gott nein ja, danke patsch hey wieso? er muss sich ficken, Flo weil er gerade so aaaah ja, das hast du verdient ey, jetzt darfst du nicht mehr ist so, das sind die Regeln das sind die Regeln, die nicht existieren, Junge nein, ey, da pass, lass es ich schlag dich die ganze Zeit Ende vorbei alter komm, jetzt bist du von hinten mach einfach den Abgang, du Arsch Arsch, ey Sacknaht sagt der, der nichts hinkriegt ach, hä nichts leck mich wie viel hast du schon ausgelassen? wie viel hast du schon aufgegeben? zwei zwei hä? wow, pack den Eis drauf kannst ja mit dir fotografieren lassen mit den Schildern, wo drauf steht aufgeben, Junge ist so mach ich kannst ja Screenshots machen mach ich ne, weißt du, Flo, der fotografiert sein Bildschirm ja, was weiß ich kann ich auch ey jetzt hab ich diesen Sprung, den Renegra ganz ehrlich geschafft hat nicht ach so, den ist ja das Schlimmste es lassen gleich kommen Sprünge, die hier drüber gehen und wenn man darunter fällt, muss man das ja alles normal machen das ist doch ey das ist nicht witzig das macht, das soll doch Spaß machen ja, macht's aber leider nicht ja, nein nein boah, fuck, ey ja klar wenn schon runter, dann aber komplett blick ach man ja leck mich nö boah, ey, fast mich gar nicht täter oh Gott jetzt ist echt alles zu spät ey ooooh komm, bisschen Spaß macht das doch nein doch, dass man absoluten Pfand boah, witzig, René ja endlich ja oh Gott, nein den hab ich noch nicht einmal versiegt und jetzt auf einmal wenn man am Verzweifeln ist und dann mal die Hoffnung hat oh Gott, jetzt hab ich den endlich geschafft yeah boah, jetzt hat sich Guri's Sprung ey, ich rutsche immer von der Leiter ab das gibt's doch nicht wieso machst du auch einen normalen Einzelsprung hä ach so, nee, bei dir mein ich nicht oh ja, da reichen Einzelsprung komm, jetzt Konzentration Florian okay, egal, es ist nichts Schlimmes passiert du kannst es noch schaffen boah, Alter oh, jetzt springt er nicht Mist egal, ich hab noch Chancen okay, immer noch Chancen Faktion, René Super-Aktion boah, jetzt hab ich noch mal diesen Scheiß hier Gott na, jetzt springt er auch noch drüber, das ist doch oh ich hätte beinahe Gesundheit gesagt das wäre falsch gewesen ja eben ja, ich dachte erst, dass er niesen muss endlich bin ich mal wieder so weit, ey ich stehe ich lass mich jetzt ertrinken wieso nein ist nicht so schlimm, nee, du bist nicht so weit du bist nicht so tief gesunken wie wir ne, ich bin ja da, wo du dir ist ist so, ah ey ich hab Angst bei dem Sprung zu weit zu springen ist so das springt man zu wenig und dann nein, scheiße, alles sieht dir passiert was hab ich denn gemacht scheiße was nix gemacht ja eben oh oh, oh, schuldigung tut mir leid, tut mir leid, okay, du darfst mich auch immer runterschlagen ne schlacken ja, oh, endlich so weit war ich jetzt lang nicht mehr oh ja oh der Sprung ist so kacke, ne nein nein der Sprung ist so kacke, ne ich schlack noch niemals den zweiten Sprung ja, oh, okay du scha- ach, ich echt jetzt nicht auch nicht boah nein vorhin die ganze Zeit nach ganz hinten gekommen jetzt irgendwann den zweiten Sprung schlafen Motivation lässt nach, ne ja, oh Florian ist grad hochmotiviert ich bin vollmotiviert ja, ey vollmotiviert, Flo nein, oh ja, oh können wir aufgeben nein du kannst aufgeben von mir aus ist so ich gebe nur auf, wenn noch einer aufgibt nein, wie du war das denn frag nicht mal Rene gibst du auf nein ne das geht erst auf, wenn es noch, wenn es viel länger braucht, wenn wir schon fertig sind ja nur dann gibt es die ganze Zeit ankackt oder nach fünf Minuten, wenn er boah ja, ho ja, ho boah, sauber ich muss mal kurz, äh, ich muss mal kurz zum Müll raus ich muss mal kurz zum Müll rausbringen bis gleich sauber Florian, wenn du sieh da jetzt rutschickst, Passi, ne hab ich doch gar nicht vor das wäre so assi schlag ihn runter nein ich komm nicht dran Gott sei dank ich wär dran gekommen, aber boah boah ooooh 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 wie lange braucht er denn zum Müll rausbringen, sonst ist er immer so schnell aber du kannst zwei Minuten, der braucht doch mindestens ne Minute der ist erst ne Minute weg oder so boah boah nein, nein, was, ich war drauf, nein, oder? Gott, nein oh, der Flo steht da ganz un, unpassend total im Weg bist du da? ja, ich war da gerade fast ah, ich nein, oh, oh, ich bin noch auf dem Leiter, ich bin noch hier, 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 ich bin noch hier hopps hopps hopp mein Zeigerfinger tut weh